Dann herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Pokémon Advanced Adventure. Äh, ich hab kurz etwas vergessen hierbei. Ähm, müsst ihr laden. Äh, lasst mal. Ich muss euch kurz zu holen gehen. Ja, dann. Sack. Bleib bei ja. Die packen ja auch nie weg, meine Angst. Warte, aber das hat ja auch schon gemerkt. Das ist gut. Mh, mein Schaum weg. Ist ja okay, ist ja noch. Vielleicht hab ich es auch noch vergessen, ich weiß es nicht. Ich bin grad eben nicht da unten, hier guckt aber eigentlich. Komm mal mit ihm um mit. Genau. So, das kann ich hin. Da haben wir es weg. Genau, gucken mal. Schlimmungsfrei. Ich hab übrigens ein Slut frei für Mito. Was ich mir jetzt, glaub ich, fangen muss, oder so? Vielleicht bekommst du auch einfach alles, was die gesagt haben. Laut der Person da, die da steht. Ich hab's jetzt übrigens über 100 gemacht. Hab demnächst noch alles gelernt. Aber, hab ich ja vorhin auch nicht gesagt, also. Passt schon. Mh, zack. Akron? Nee, danke. Also, dich habe ich. Dich, dich. Genau, ich muss das kämpfen. Hallo. Ja, ja. Mito Level 100. Übrigens, die Pokémon, wenn man die fangen, sind Level 80. Bin ich ein bisschen doof, aber wenn ich es nicht erinnere. Hab jetzt auf die 100 gemacht, aber... Äh... Dann. Ähm... Ich stehe ernsthaft. Dann mache ich auch die Kro. Ja, okay. Entschuldigung. Äh, jetzt verliere ich jetzt auch noch dabei. Verliere ich es auch noch dabei. Verliere ich es auch noch. Ah, toll. Ähm, da, wo ich jetzt überträcke, ist dann... Oder mit Leber? Ähm... Cover? Nein. Ah, Mann, was ist das denn, ne? Damit hätte ich rächen können, ja. Ist das nicht erstmal, oder? Hat das Ding jetzt wieder? Das Teil hat seine AP aufgebaut. Die sieht nicht so aus, jetzt kriege ich es schon gleich. Äh, ne. Die machen wir halt so lange weiter. Ist klar, die wäre was. Zack. 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 Ach, jetzt war es Swircle. Ja, dann Entschuldigung, du hast es erwähnt. Eroblas. Äh, lieber mal heilen. Zack. Danke. Ja, 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 ja. Ihr Beschaffts im Team, aber mein ganzes Team ist besiegt. Ah, jetzt geht's. Ganz ehrlich, kein Bock. Ja, ja, ja. Ich muss ein Schinter hoch. Ach so, hier geht's noch weiter hoch. Okay. Hey, Nyg. Hi. Nyg, du hast es geschafft. Du hast alle fünf Guardian gefangen. Natürlich hat er es geschafft. Untergemacht. Keine Ahnung. Super Nyg. Ah, es kommt hier wieder. Es sieht aus, werden alle unsere Aufgaben vervollständigt. Wir schafften es, die Region zu stabilisieren und so. Ja. Ähm, ich möchte das jetzt... Ach man. Oh, jetzt kommen die Älders. Keine Ahnung, wie man das besetzt. Heißt das Ältere? Ich glaube, das sagt man so. Im Dorf gibt's immer die Älteren. Also früher in dem Dorf, heute bestimmt nicht mehr. Naja. Ich könnte natürlich den Text lesen, aber... Naja. Okay. Muss ich jetzt noch gegen Arceus kämpfen, oder...? Wird das jetzt nix mehr? Okay. Achso, da haben die entscheidend irgendwas Wichtiges erzählt. Ich habe jetzt nicht zugehört. Ich frage mich, ob ich die ernsthaft im Team haben musste. Hm, ziemlich viel Gelaber ist das hier gerade. Okay. Okay. Sie kommen auf jeden Fall alle raus. Okay. Rechiram und Cicron. Äh... Wo ist Chirachi? Ist das dieses komische Ding dort, was man nicht erkennt? No. Ach, ich muss ja schon gegen eins für beiden kämpfen. Äh... Pokémon. Ähm... Cicron ist... Typ... Typ... Äh... Typ Drache... Typ Drache... Typ Drache Dings und... Ja, da muss ich gegen Cicron kämpfen. Typ Drache... Elektro meine ich. Rechiram ist Feuer. Typ Drache... 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 Ich will jetzt mal einen Arzt, also zu beachten. Ähm... Auf jeden Fall kurz heilen. Zack! Ich weiß nicht, ob ich dir auch das nicht versorgen würde. Mir tun irgendwie fällt. Das ist mir auf jeden Fall nicht. Ich hab mich lieber... Irgendwann hat uns mit der Diefel geleistet. Seitdem wir... 100. Wir haben nur was in 100, das müssen wir nicht gut sein haben. Nee, 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 nee. Ah, hier meine Alkane. Warte doch mal. Dass ich mich jetzt noch irgendwie bewegen kann. Muss ich das ansprechen? Okay. Okay, wir versuchen jetzt gerade die... Welt... äh... zu retten. Bitte lass mich laufen, bitte. Bitte lass mich laufen. Also... Nein, na manu. So, dann geht's los gegen Arceus. Wahrscheinlich Level 100. Und Arceus sendet Arceus. Finde ich spreche ich das richtig aus. Ich hab früher mal Arceus gesagt und das ist anscheinend falsch. Okay. Anscheinend beide Bedroher... Oh, das war's gesehen. Naja. Ich hab's gesehen. Und jetzt... Ich hab's gesehen. Ja. Ich hab's gesehen. Arceus gewonnen. Ich hab's gesehen. 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 Oh, ich hab's gesehen. Oh, ich hab's gesehen. noch mal europa man wie viele tränke kann man einem trainer eigentlich insgesamt gegen geben da kommt 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 das kind war was ich mein kürz so mir zu nein finfall wechseln na ja Ja, wenn ich jetzt getroffen hätte. Ja, na toll. Was ist das denn jetzt? So, Back, Survive, äh, Gänger. Ja, damit hätte ich rechnen sollen. Ähm, was mache ich jetzt? Na toll. Was, was mache ich hier eigentlich? Nose, das ist gut. Jetzt kann ich noch was beleben. Ja, tu. Jetzt probierst du mal mit so die Cover. Keine Ahnung. Oh. Blüssig. Ach, halt. Hatera. Macht ihr weniger Schaden? Ja, toll, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Pokémon. Gänger. Curse. Zack. Das macht wenigstens viel Schaden. Und? Noch nicht gewonnen? Zack. Hm, das geht jetzt anscheinend noch eine Weile. Hm, was ist das hier? Oh, ich habe gewonnen. Ja. Ja, 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 ja. Guardian of Lange Ritty. Hm, schöner Titel. Hm, ja, danke. Oh, damit ist das Spiel jetzt wahrscheinlich komplett durchgespielt. Zweite Ruhmeshalle, sozusagen. Zack, Mewtwo. Und Bakani. So, jetzt atmen. Jetzt kommt wahrscheinlich noch mal der Abspann. Jipp. Naja. Damit ist das Projekt jetzt wirklich vorbei. Ich habe schon ein neues Projekt angefangen aufzunehmen. Ich habe jetzt schon sechs Parts aufgenommen. Und zwar ein Mario Kart Teil. Es ist nicht das neue Mario Kart, sondern ein altes. Aber dazu habe ich noch keine Videos gefunden, deswegen also noch kein ganzes Display zumindest. Ich dachte zuerst, es geht nur sechs Parts, aber es gibt doch länger, deswegen kann ich das jetzt hier auch so ankündigen. Jetzt haben wir den Abspann. Ich kann jetzt schnell mal überspringen. Zack, zack, zack. Zack, zack. Das war's mit dem Projekt Pokémon Advanced Adventure. Ich hoffe, es hat den Leuten, die das sich angeschaut haben, gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Projekt. Tschüss.